Geil, das ist gut, aber dann ist das Schulterangriff nochmal so schwer. 100% mehr. Jetzt muss ich's testen. Jetzt geht's ab. Ach, was ist das in der vierten Runde? Ja, wir sind jetzt fertig. Oh nein, das ist der Ritter bei dem brennenden Boden. Oder? Ich hohe jetzt mal mehr. Okay, okay. Okay, genau. 13.000 hat das schon. Egal, ich bin quasi tot und ich bin tot und ich bin tot und ich bin tot. So gut gemacht. Ja. Ich hab direkt dann gegen meinen Super gezündet und dann wollte ich wegrennen. Und dann, äh, ja. Was ist das für die? Die Hexen müssen nerven, ey. Nein, auf auf mich zu schießen. Nein! Nein! Ah. Ich spiele da bei der Superfee. Ich bin dann mit drei Kischen immer da, warum? Ich bin dann mit zwei Kischen. Okay, die ist . Oh, da ist es. Ich bin dann mit drei Kischen immer da. Und dann mit zwei Kischen immer da. Und dann mit zwei Kischen immer da. Und dann mit zwei Kischen immer da, oh, wenn er eine Kischen immer da hin und dann kommt. Ich hab' ihr gefallen. Ach fuck. Ja, ha, ha, ha. Du hast einen Oger. Nein, 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 ich auch. Wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Ach komm. Wieso sterbten immer alle wenn ich sterbe? Ich wollte mal was ausprobieren. Tja, sorry. Ich hab' ja gedacht, ich bin clever und mach' mal einen Schulterangriff in der Luft auf ihn und ich behalte instant tot mit voller Energie. Oh, 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 oh. Und wir, die Knochen, in der Erdnere, warten. Soll' Arsch an. Weder noch. Nee, das ist relativ Wumpel. Wann nehm' ich denn dann einen höheren Garten? Der elende Ritter. Die finstere Klingel der Scham. Ich hänge schon wieder rum. Der hat mich einfach rein teleportiert. Das ist ja immer. Ach, ach ach ach. Was? Was? Oh Mann! Der hat mich halt auch direkt um die Gegner fragen. Der hat mich jetzt selber nicht holen. Ich bin zwar in Kuschmüde da, aber es muss nichts. Ich bin jetzt direkt um die Gegner zu Recht zu sein. Ich denke, der Ober wird auch nicht sein. Ich bin ja halt in der Scham. Aber ich kann auch in der Scham. O Aber wie viele Ekel sind das denn? Ich bin da oben. Da zwei Stück. Und noch zwei. Bleib du mal unten, ich hol mal die Cardi schnell. Ich kann nicht X drücken, das ist doch behindert, ich hab sofort X gedrückt, wo ich oben neben dir lag, er macht es nicht, muss ich noch 2 mal drücken, dass es dann ging. Ja, kenn ich, das ist voll kacke. Sau, der Oga steht direkt oben. Ja, drei kommen zwei Oga von beiden Seiten. Ja, rechts von der anderen. Pass auf, der Ritter steht da. Warte, ich will mal grad warten von Alpha Lupi rein. Ich muss mich schneller wiederholen. Komm, 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 komm. Jawohl, beide. Nice. Ui, die sind jetzt noch nicht mehr lang, die soll ich jetzt nicht verschaffen werden. Ist doch gut. Ich soll mal irgendwas für uns hier glitschen. Der Ritter, der Schlüssel. Die Granate breitert genau an dir ab. Ich hab kein Glück. Ich hab kein Glück. An allen möglichen Kanten, wo sie abbrechen haben, bleibt sie dann nicht. Ja, das ist ja ein bisschen schneller. Was findest du, wenn du in PvP eine Magnetgranate wirst? Meinst du, die haftet immer in irgendwas? Ob du sie genau drauf wirst? Das schwarzen wir das in der Haldeck-Kerie. Ich habe das nicht mehr aufgelenkt. Ich habe das nicht mehr aufgelenkt. Ich bin echt süß Was ist denn das? Das ist ja auch mal ne Idee. Ich hab mir heute 80 Stück Gold, jetzt hab ich nur noch 38. Was? Der Grotter verschwendet man einfach so viele. Ist nicht mehr normal. Ach nein! Ach bin ich behindert, ich habe mich selber dann mitgekält. Nein. Das ist nicht richtig. Aua. Ich hätte mich nochmal können. Nein, ich hängel damit. Ich bin auch nicht in der Krise. Denn einfach fast. Parkwechsel. Ich habe das Gebühr verlängst. Das ist nicht mehr damit. Ach fuck. Wir sind alle auf mich. Achtung, die Hexe. Das ist ja voll gut. Ich bin zufrieden. Ich habe mich gemeldet. Ich habe mich gemeldet. Ich habe mich gemeldet. Ich bin mit ihm gemeldet. Ich bin mit ihm. Ich mache jetzt alle Oder auch nicht. Der hat nichts mehr. Der Schulterangriff funktioniert aber einfach nicht. Ich fliege auf den Zoo und er startet nicht. Keine Ahnung. Ich bin tot. Kannst du dich nicht mal wiederbeleben? Hast du wiederbeleben überhaupt noch drin? Oder hast du immer noch strahlende Haut drin? Achso. Ich hab immer noch ein bisschen zu tun. Pass auf links mit dir in der Hexe. Hexe, hau ab da, hau ab da, hau ab da. Mach ne Runde. Lauf einfach. Lauf dahin, wo ich vorhin gelaufen bin. Ganz einfach an anderen Ränder. Lauf weiter. Bleib nicht stehen. Lauf weiter. Oh Gott, mein Herz. Hexe kommt da oben. Recht zur Nähe. Kolüten links. 2 Akolyten links. 3 Akolyten links hinter dir. Oh nein. Ah. Scheiße. Lauf links durch, links durch. Lauf links komplett durch. Einfach weiterlaufen. Nicht stehen bleiben. Dann kannst du die Kadi wiederbeleben. Einfach weiterlaufen. Weiter, 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 weiter. Lauf einfach. Die Kadi, du holst mich und du gehst in die Decke rum. Ja. Oder so rum. 2 Akolyte. Kante. Ja. Perfekt. Wir haben schon noch Rüstung bekommen. Ach fuck, haben wir nicht gebildet. Ach nix. Hauptsache ich bin wieder da. Was? Ich bin nicht gebildet. Sonst würde ich gewinnen spielen. Sonst würde ich gewinnen spielen. Was? Ich bin jetzt eingewiesen zu. Sonst würde ich gewinnen spielen. Muss so sein. Ich weiß nicht, wie wir oben oben. Muss so sein. Können wir diesen Tiese nehmen? Äh. 2 Minuten. Ach, Hexe. Guck mal auf. Wo sind die? Scheiße. Was ist denn da, bitte? Hexe kommt rum. Hexe kommt links. Rechts. Überall. Alter, was ist denn hier los? Was? Bleibt mal in Sicherheit stehen. Ach ne, jetzt kommt die mit ein Ogre. Hilf jetzt mal diesen Heinz wieder hinten. Das ist ja unerhört, wie lange wir hier brauchen. Ah, Hexe ist tot. Ogre ist auch tot. Ist einfach mit der Waffe nicht. Ist einfach nur ne Aufschuldung. Beides Flücksspiel. Beides Flücksspiel. Beide auch. Er hat nichts mehr. Macht's ihm weg. Dann haben wir auch. Boah, meine Fresse. Euer Sieg. Sagt alles. Ja, Belohnung. Boah. 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 Boah.